Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Was fällt euch beim Thema Energiebände als erstes ein? Bestimmt sind es Energieträger wie Windkraft und Photovoltaik, Biomasse oder Geothermie. Die haben zweifellos allesamt Potenzial. Doch ein erneuerbarer Energieträger fällt leider immer wieder unter den Tisch. Die Wasserkraft. Das haben wir der Berliner Ampelregierung zu verdanken. Vor wenigen Monaten noch wollten sie die Förderung von Wasserkraftanlagen bis 500 Kilowatt allen Ernstes einstellen. Nur Druck aus Bayern hat das verhindert. Wir Freien Wähler sehen in der Wasserkraft eine super Zukunftstechnologie, weil sie nicht nur eine erneuerbare, sondern zugleich eine der wenigen grundlastfähigen Stromquellen ist. Dafür habe ich am vergangenen Wochenende gerne geworben und mich mit Bayerns Energieminister Robert Aiwanger am Walchenseekraftwerk getroffen. Mit einer Leistung von 124 Megawatt und einem Stromoutput von jährlich rund 320 Millionen Kilowattstunden ist es eines der größten Wasserkraftwerke Deutschlands. Betrieben wird es vom Energieversorger Unipel, der infolge der Energiekrise in eine finanzielle Schieflage geriet und vom Bund verstaatlicht werden musste. Gemeinsam mit Hubert Aiwanger habe ich deshalb deutlich gemacht, dass Wasserkraftwerke keine Spekulationsobjekte werden dürfen, sondern in öffentlicher Hand vor allem Gemeinwohlinteressen zu erfüllen haben. Wir fordern vom Bund, dass das Wasserkraftpotenzial Bayerns nicht ideologisch motiviert gefährdet werden darf, sondern weiter ausgebaut werden soll. Das Hochwassermanagement muss beibehalten werden. Außerdem wollen wir für das Walchenseekraftwerk eine langfristige Zukunftsperspektive. Denn es stehen erhebliche Modernisierungsmaßnahmen an. Dafür nehmen wir viel Geld in die Hand, so hat das von Freien Wähler verantwortete Energieministerium eigens ein neues Förderprogramm für die Wasserkraft aufgelegt. Denn eines ist klar, angesichts von Klimawandel und Energiekrise brauchen wir jede Kilowattstunde Strom, die vor Ort und ohne CO2-Emissionen erzeugt werden kann. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch. Der Wochendurchblick mit Florian Streibl Freie Wähler Landtagsfraktion